Von den Set-Pieces her müsst's langsam Richtung Ende gehen. Und von der Story her kann's auch nicht... Oh, shit. To your house. Oh, shit. Sind die gerade auf... Oh, mein Gott, die sind gerade verschwunden einfach. Im Nichts. Das ist so schlecht. Ah. Wenn man diese Szenen macht, dann muss man sie aber richtig machen. Die sind auch einfach weg. Die sind einfach verschwunden. Oh, Gott, wie scheiße ist das denn? Oh, das erscheint... Wie geil ist das? Ich laufe auf der Luft. Ich laufe auf... Okay, Spiel. Kannst du die Sachen laden? Pan, 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 Pan... Pan, 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 Zero, Niner, Niner, Hu! Kannst du die Sachen laden, bevor du sie irgendwie die Szene startest? Okay, schon wieder das gleiche. Der ploppt auf, ploppt wieder weg. Gott, ist das peinlich. Entweder richtig machen oder gar nicht machen. Das ist meine Devise. Nee, das stimmt nicht. Das ist nicht meine Devise. Ich würde es auch lieber beschissen machen als... als gar nicht. Aber come on! Was ist das denn? Warum? Ich bin wieder verschwunden. Oh je. Oh, da liegt es an meinen Einstellungen. Oh nein. Ich warte mal, dass plötzlich wieder irgendwo was auftaucht. Ja, wenigstens. So, okay, ich glaube hier links rum. Gott, das ist ja schrecklich. Ja, ich will Uncharted nicht sinnloserweise verteidigen. Ja, die haben auch ihre... Ich bin doch... Die haben auch ihre Fehlerchen. Aber es ist generell wesentlich polierter als das. Ich habe doch sprunggedrückt. Ich habe doch sprunggedrückt. Du Pisskopf. Ah, Gott. Ah, Gott.